Das Römiens Family Hotel Exesha liegt in Lovren in Kwanerbucht. Das Römiens Family Hotel Exesha ist sehr beliebt unter den Gästen. 95% empfehlen das Hotel. Weiter, das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 125 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,2 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Mit 5,4 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Service. 5,4 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Gastronomie. Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke, sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,3 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie, Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke, sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr gute Bewertung von 5 Sonnen von 5 Sonnen widerspiegelt. Sport und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,7 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.